Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Asreita und wir haben einen vorgestellt und zwar Serbs, das ist die zweite Runde schon und ich habe es nachgearbeitet, ihr seht es jetzt hier gleich und ja, wollen wir mal gucken, wie wir weiter vorankommen und es ist tatsächlich fürs Nachbauen jetzt hier schon Nacht geworden, weiß ich gar nicht mehr, das war letztes Mal, glaube ich, nicht so, ist aber egal, wir sehen uns übrigens nach dem Intro, wenn es dann weiter geht. So, da sind wir wieder und ja, schauen wir mal los, Mieden benötigen Nahrung, um arbeiten zu können, bessere Nahrung ermöglicht den Mieden länger zu arbeiten, Gemüse wächst schnell und ist günstig in der Herstellung, da ist nur ein Bauern benötigt, deshalb ist es die beste Wahl im frühen Spiel, der Bauer ist in der Produktionskategorie eins zu finden, also hier oben, da unten ist er und dann braucht er Platz, damit er sich ausweiten kann, platziere einen Bauernhof, das machen wir jetzt mal. Hier so, oder hier, hier, ne? Ja, mach den einfach mal da so hin, weil ich glaube, den Weg können wir dann da verbinden, genau, das wollen wir mal. Spät kann die Nahrungsproduktion für Brot erweitert werden, dies benötigt eine Farben, eine Weizenherstellung, die weitesten herstellt und ein Bülow, einen Bäcker, haben wir. Während der Bauer seine Felder anlegt, kann die Waffenproduktion errichtet werden, benötigt werden Mieden, um Kohle und Erz zu gewinnen, die Produktion muss manuell per Gebäude eingestellt werden, eine Eisenschmelze, um Eisenbarren herzustellen, an einer Waffenschmiede, um Schwerter zu schmieden. Ist die Waffenproduktion errichtet, wird eine Baracke benötigt, denn die Einheiten ausgebildet werden. Produziere einen Schwertkämpfer. So, das heißt, wir brauchen jetzt Minen, die gibt es hier. Jetzt müssen wir nur gucken, ich würde die hier ja gerne hinbauen. Probieren wir das mal, der Weg müsste da hingehen, ja, tut es. Und das zweite nochmal, die würde ich jetzt gerne daneben bauen. Ist das gut oder schlecht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht das. So, Bauer geht, Mine geht. Was haben wir dann? Eine Eisenschmelze, die werden wir hier in Punkt 2 finden. Dort. Ja, die könnte man jetzt hier errichten, würde ich sagen, ne. So. Okay, geht nur so. Macht aber den Weg dahin frei, das ist gut. Und dann nach der Eisenschmelze die Waffenbude. Geht hier nirgends wohin. Gut, wo bauen wir die denn dann hin? Hier oben. Geht das oben nicht dahin? Nein, geht natürlich nicht, ist klar. Geht so, geht nicht. Geht so, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ach, das macht keinen Spaß so, ne. Das muss man im Keim, muss man das nur sagen, ne. Dass das so nicht der Weg ist. Also die Wegfindung ist jetzt nicht das Tolle. Was hatten wir jetzt? Eisenschmiede war da, Waffenproduktion ist da. Geht so nicht. Hier geht's sozusagen. Geht das hier irgendwo so zu bauen erstmal? Nein. Wo ist denn hier der Weg? Nirgendwo da ist, liegt ein Stein. Vielleicht kann ich's hier bauen. Und dahin? Geht natürlich nicht, ne. War ja wieder klar. Okay, da geht's wenigstens. So, dann haben wir die Waffenfabrik. Oder Waffenschmiede. Und dann brauchen wir noch eine Baracke, ne. Waffenschmiede, dann die Baracke. Die Baracke gibt's hier. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die hinbasteln. Hier wird's gehen. Das bedeutet... Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Hatten wir ja auch schon hier oben, ne. Ja, können sie also abreißen. Bringt's da leider auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wo wir den jetzt hinsetzen sollen, die Baracke. Hier geht sie auch nicht hin. Hier geht sie auch nicht hin. Da würde sie hingehen. Kriegen wir sie so? Ja, die können sich ja selber beschützen. Wieso kann er da nicht einsnappen? Das ist aber wieder doof, oder? Irgendwelche Bäume im Weg, wa? Ah, jetzt geht's. Gut. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Hier müssen wir jetzt noch was auswählen. 97 Erz. Dann soll der mal Erz produzieren. Und hier müssen wir priorisieren, damit er schneller geht. Damit das gebaut wird, ne. Was ist unterwegs? Ein Holzbrett. Was ist das denn hier? Brot? Ne, ne. Was zu essen, oder? Was ist das? Kann man das anklicken? Ja, da sieht man, es ist was zu essen. Brot. Mine Ost. Ist das Ziel. Das Mine Ost und das ist auch Mine Ost. Also das ist dann noch gleichnamig. Das kommt wohl hier aus dem Lager, ne. Kann das sein? Ja, 16 Brot hatten wir da. Vielleicht hatten wir da was. Und er macht jetzt hier aber erstmal nur das. Gut. So, die sind auch fertig. Da fehlen aber hier noch die Werte. Müssen wir mal gucken. Ah, da kommen sie jetzt. Okay. Und was war hier? Oh, dann machen wir hier erst doch besser die Mine da raus. Und das, dann ist das einigermaßen gleich, ne. So, das ist geklärt. Das war die Schmelze. Die machen wir jetzt prior. Und dann... Also mal gucken, was als nächstes kommt, ne. Okay, hier oben, das war die Waffenschmiede. Okay, ist jetzt ungünstig, weil der Weg relativ weit ist zur Waffenschmiede, aber wir hatten jetzt keinen anderen Platz, ne. Okay, da könnte man noch Bogenstützen stationieren, aber die gehen da nicht rein. Jetzt haben wir da einen Pfad, okay. Ja, dauert noch eine Weile, ne. Bis was fertig ist. Jetzt haben wir hier die Schmelze. Okay, die schmelzen sowieso nur Barren. Das bedeutet, Prio kommt jetzt hier auf die Waffenschmiede, bevor hier die Baracke fertig wird. Erstmal muss die Waffenschmiede fertig werden. Was fehlt hier noch? Zwei Bretter und Steine sind schon alle da. Okay, zwei Bretter sind aber unterwegs. Sehr gut. Da ist jetzt wieder eins angekommen, ne. Jetzt brauchen wir noch drei. Da wird jetzt weiter gebastelt. Ein Bretter ist schon wieder hier. Okay. Was ist denn in unserem Haupthaus so drin, ne? Ah, vier Bogenschützen. Also vier Bögen. Und Schwerter sind keine, die müssen wir selber bauen. Was ist das? Eine Säge, okay. Also Werkzeuge und sowas muss man auch haben. Hier muss man ein Seil haben. Nahrung ist hier keine drin. Okay. Eisen wird geschmolzen. Also Eisenbahn gibt es dann. Okay, Vorräte sind jetzt nicht so prickelnd. Hier fehlen jetzt noch, ah, nur noch ein Brett. Das ist unterwegs schon. Liegt wahrscheinlich schon hier. Und bringt er jetzt rüber. Ja. Okay. Ja, wenn das dann priorisiert ist, dann ist das ja schon durch. Dann geht es dann gleich hier weiter, oder? So, dann geht es da auch los. Muss man was auswählen? Nein, Schwerter werden automatisch produziert. Und hier sind die Leute, die wir brauchen, um dann weiterzukommen. So, was wird angeliefert? Also klicken wir drauf, dann sehen wir es, ne? Bretter und Stein. Steine sind schon sechs unterwegs. Okay, der ist auch ordentlich hier an dem Kloppen da. Holz sind nur diese Bäume hier, ne? Das ist knapp. Aber wir werden sehen, was passiert. Gehen wir hier mal erstmal hin und gucken, dass das fertig wird. Okay, das ist natürlich eine ganze Ecke hier, 17. Wir müssen mal schauen, dass wir genug hingebaut kriegen, ne? Aber es geht ja jetzt voran. Gucken wir mal weiter rein. Da liegt ein Eisenbahn. Achso, wir sollten ja auch noch ein Schwert fertig kriegen, ne? Ist das schon dabei? Ne, noch nicht. Oder doch? Ach nee, was ist das für einer? Ein Träger. Der hat gerade was reingebracht. Achso, hier sehen wir ja Kohle und Eisenerbwahrung. Er bringt gerade einen. Da ist auch der zweite schon. Kohle fehlt ein bisschen, ne? Könnte mir ein bisschen mehr Kohle haben. Aber wir hören gerade, wie er hier oben, und das sieht auch sehr schön aus, wie er die Funken macht. Ich wüsste nur gern, wie man die Karte ein bisschen anders dreht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Sollten wir vielleicht mal die Tage machen, dass ich das mal gucke kann. Oh, hier gibt es Wege, die ich mir angucken kann. Ach nee, das. Da kann man was mit bauen. Eine Baracke, okay. Wahrscheinlich das letzte Ausgewählte. Kann das sein mit Kuh? Ne, wird immer eine Baracke ausgewählt, okay. Quarters wahrscheinlich, ne? Gut. L wie Lumberjack? Ne. Aber da habe ich mir jetzt ein Licht angemacht. Okay. Dann sieht man mehr. Auch schön. Mit L. Slide. Gut. Erste Schwert ist hier fertig, oder wie sehe ich das? Das ist drinnen, ne? Und jetzt legt das da hin. Und er hat da was weggebracht, anstatt auf dem Rückweg was mitzunehmen. Naja, da lacht das noch nicht da, ne? Oder wie ist das? Da kommt die Kohle. Okay, da geht's voran. Zwei Schwerter liegen da jetzt. Sind das zwei? Er nimmt mit. Kann man das anklicken? Nein. Ich glaube, er hat nur eins mitgenommen. Was macht denn unsere Waffenchmie... äh, unsere Baracke? Okay, die brauchen natürlich jetzt noch eine ganze Ecke. Da sind es erstmal gerade 13. Ja, die Wege sind so lang bis dahinten, ne? Aber ist halt so. Ja, hier könnte man... Wen hinschicken machen wir aber nicht, oder? Ja, dauert seine Zeit. Kann man denn mit den Spielstufen hier was machen? Ne, da sind die Dinge ins Durchwählen. Mit 1 bis 4 hast du hier das gewählt. Und schneller geht's irgendwie nicht, ne? Oder? Da ist unser Haupthaus. Ne, ich glaube, schneller kann man nicht machen. Ja, dann warten wir, bis die Baracke fertig ist, ne? Aber ich würde jetzt sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wer das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Aue habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schneiden und auch gerne... Schneiden, schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich spiele jetzt weiter, bis die Baracke gebaut ist. Guck zu, dass wir dann den Schwerträger haben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.